Ich habe drei Punkte gegeben und ich suche die Parabelgleichung, die Parabel, die durch die drei Punkte läuft. Also wenn ich irgendwelche drei Punkte habe, dann möchte ich wissen, welche Parabel kann ich da durchlegen. Und genau, das mache ich rein rechnerisch, nicht grafisch. Gesucht ist also in dem Fall ein y gleich ax² plus bx plus c. Also mein Ziel lautet, was ist a, was ist b und was ist c. Und bevor man hier loslegt, sollte man sich die Frage stellen, ob das wirklich mit so einem großen Gleichungssystem zu lösen ist, weil sehr häufig lauten die Punkte zum Beispiel, der eine Punkt lautet 4, 0, der nächste Punkt 6, 1 und der dritte Punkt 5, 0. In dem Fall habe ich hier eine Nullstelle und hier eine Nullstelle. Und deswegen ist es in Prüfungen sehr häufig, weil es sehr einfach zu lösen ist. Da mache ich keine drei Gleichungen. Wenn ich sowas gegeben habe, schreibe ich hin, y ist a mal x minus erster Nullstelle, x minus zweiter Nullstelle, 5. Hier male ich mein xy drunter, das y setze ich da ein und das x, andere Farbe, genau, das x kann ich hier und hier einsetzen, bekomme mein a, Punkt, Punkt, Punkt und so weiter. Ganz schnell gelöst. Ja, aber das habe ich da nicht. Also ich muss erst checken, ob es vielleicht leichter geht. Ne, habe ich keine 2 Nullstelle. Manchmal habe ich auch eine andere Geschichte. Ich habe nur zwei Punkte gegeben. Einen Punkt 2, 3, einen Punkt P, 4, 5 und dann steht hier S. Und in der Aufgabe steht, das ist der Scheitel. Dann kann ich nämlich sagen, y ist a mal x minus 2 Quadrat plus 3. Wieder hier einsetzen, also das ist x, y, das x einsetzen, das y einsetzen, bekomme mein a und bin fertig. Gut, habe ich nicht. Also die zwei schnellen Wege, das sind die häufigsten Wege. Die wenigsten Lehrer haben Lust in der Schulaufgabe, Gleichungssysteme zu korrigieren. Die schnellen Wege sind es ja nicht. Also machen wir wirklich ein Gleichungssystem. Wichtig ist immer xy drunter zu malen, sonst kommt man durcheinander. Und dann stelle ich wirklich die Gleichungen auf. Ich setze das immer ein. Also ich setze das x gleich 1 bei x und x ein und ich setze das y gleich minus 1 hier bei y ein. Und dann habe ich, wenn ich den Punkt a einsetze, habe ich also minus 1 gleich a mal 1 Quadrat plus b mal 1 plus c. Und b. Also da ist jetzt y ist 1 und x ist 2 und deswegen 1 gleich a mal 2 Quadrat plus b mal 2 plus c. Und jetzt kommt der Punkt c, der, so großes c, 7 gleich a mal 3 Quadrat plus b mal 3 plus c. Nächster Schritt aufräumen und sehr häufig bekommen diese Gleichungen so römische Buchstaben. Das ist so das übliche, drei Gleichungen, drei römische Buchstaben. So, 1 Quadrat, ich bin hier an der Stelle. 1 Quadrat ist 1 und deswegen schreibe ich hier einfach minus 1 gleich a. Hier, b mal 1 ist b und deswegen plus b plus b plus c. Nächstes. 1 gleich 2 mal 2 ist 4. Dann mache ich ein 4 a plus 2 b plus c. 7 gleich 3 mal 3 ist 9, also 9 a plus 3 b plus c. Na, und ich habe jetzt ein Gleichungssystem. In diesem Gleichungssystem habe ich jetzt drei Gleichungen und den Buchstaben a, den Buchstaben b, den ich suche, und den Buchstaben, das nehme ich noch übers Graue, den Buchstaben c. So, drei Buchstaben, drei Gleichungen, los geht's. Das lässt sich nach dem immer gleichen System lösen. So, wo nach unten habe ich den Platz. So. Ich löse eine dieser Gleichungen nach einem Buchstaben auf. Und das ist eigentlich egal. Also ich nehme jetzt mal die erste Gleichung und löse die nach c auf. Ich könnte auch die letzte nach a auflösen. Das tue ich nicht, weil dieser 9er muss da erst weg. Ich könnte auch die nach c auflösen. Das ist egal. Also ich löse jetzt die mal nach c auf mit minus a und minus b. Dann habe ich minus 1 minus a minus b gleich c. So, meine erste Gleichung. Hier eine dicke rote Klammer und dann setze ich das. Ich weiß ja, das ist hier mein c. Mein schönes graues c ist jetzt die dicke rote Klammer. Dann ersetze ich also dieses c und dieses c durch die rote Klammer. Der klassische Fehler passiert, wenn man die erste Gleichung auflöst und in die erste wieder einsetzt. Das bringt nichts. Ich hätte ja auch zum Beispiel die hier nach a auflösen können. a ist gleich dicke rote Klammer. So, geht genauso. Wo muss ich es einsetzen? Ich muss es dann in die zweite und in die erste einsetzen. Und dann bin ich auf dem richtigen Weg. Vielleicht minimal umständlich, aber ich komme zum gleichen Ziel. Genau, das tue ich jetzt aber nicht. Ich bin ein fahler Mensch und suche mir deswegen das c. Gut, einsetzen. Dann habe ich eine neue zweite Gleichung. Und 1 gleich 4a plus 2b plus, hier so rote Klammer, und da minus 1 minus a minus b. Die dritte ist es hier, die dritte. 7 gleich 9a plus 3b plus, dritte Klammer, so, minus 1 minus a minus b. Diese Gleichungen werden aufgeräumt. Also erst immer einsetzen, einsetzen. An der Stelle habe ich aufgelöst. Auflösen und dann aufräumen. Vereinfachen. Das sind die Schritte. Erstens auflösen, zweitens einsetzen, drittens vereinfachen. Dann geht es von allein. 1 gleich 4a plus 2b. Die Klammer kann ich weglassen, weil dann Plus vor der Klammer ist. Minus 1 minus a minus b. Und jetzt kann ich die a's zusammenfassen. 4a minus a. Also ich habe hier 1, ist gleich 1. 3a, dann die b, ist 2b minus b. Also da habe ich hier ein b plus b. Dann, ja, man muss langsam 1 und minus 1. So, an der Stelle. Da habe ich mich 3, 7 gleich. 9, langsam, schön langsam. Also, 9a plus 3b minus 1 minus a minus b. Jetzt 9a minus a, das ist 7 gleich 8a. 3b minus b ist 2b und minus 1. Wir haben genug Platz. Hier die 1 rüber, 2 gleich 3a plus b. Hier auch die 1 rüber, 8 gleich 8a plus 2b. Und ich habe jetzt das, was ich wollte, nämlich zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten. Also, ich meine, ich kenne das a nicht und ich kenne das b nicht. Ja, aber ich habe ein Gleichungssystem aus zwei Gleichungen und zwei Unbekannten. Und ich habe jetzt also aus diesem System da oben, wo haben wir es? Hier, also hier habe ich ein System gehabt, drei Gleichungen, drei Unbekannte. Und daraus habe ich jetzt gemacht, ein System, zwei Gleichungen, zwei Unbekannte. Und jetzt kommt wieder das, was wir immer machen, auflösen. Auflösen, rote Klammer, einsetzen, schöner machen. Ich löse jetzt hier nach b auf, weil das so einsam ist. Das ist sehr einfach aufzulösen. Einfach mit minus 3a. Also, 2 gleich 3... Stopp, ich will das ja rüber haben. Also, 2 minus 3a gleich b. So, Klammer. Und an der Stelle einsetzen. Also, ich setze das ein. 8 gleich 8a plus 2 mal. Hier kommt die rote Klammer für das b. 2 minus 3a. Gut. Jetzt 8 gleich 8a plus 2 mal 2 ist 4. 4, 2 mal minus 3 ist minus 6a. Jetzt habe ich da die 8a minus 6a sind 2a. Also, an der Stelle 2a. Und die minus 4, den 4 rüber. 4 gleich 2a. Dividiert durch 2. 2 gleich a. Ich habe den ersten Buchstaben. a gleich 2. Den ersten von 3. Aber jetzt ist es viel einfacher. Wenn ich weiß, dass a gleich 2 ist, kann ich es an diese Stelle einsetzen. Also, 2 minus 3 mal 2 gleich b. 2 minus 6 gleich b. b gleich minus 4. Gut. Entspannt. Bei c gehe ich ein bisschen auf die Suche. Ich habe ja hier oben mein c. Das da. c ist minus 1 minus a minus b. Und ich kenne ja mittlerweile mein minus 1 minus... mein a und mein b. So. Also, c gleich minus 1 minus, aber 2. Minus b minus minus 4. c gleich minus 3 plus 4 ist plus 1. Alle drei Buchstaben da. Mein Problem ist prinzipiell gelöst. Ich kann es noch auch hinschreiben. Wird meistens gewünscht. Also, 2 x Quadrat minus 4 x plus 1. Das war's.